Einen wunderschönen guten Tag in der YouTuber WG! Oh Mann! Morgen machen wir einen Livestream, Leute. Achso. Oh, falsches Video. Hi! Morgen machen wir einen Livestream. Morgen um 14 Uhr. Echt 14 Uhr, ja? Ja, hab ich jetzt festgelegt. What the fuck is it back in der YouTuber WG? Der Special Guest ist schon da. Es gibt einen Special Guest, genau das erfahrt hier morgen. Livestream! Das Besondere daran wird sein, dass es in der Öffentlichkeit stattfindet und ihr könnt uns sagen, was wir machen sollen. Oder vielleicht fragt ihr auch Fragen. Also je nachdem, ihr gestaltet das. Auf jeden Fall findet es morgen Samstag 14 Uhr statt. Außer es regnet übelst heftig. Oder wir haben technische Probleme. Aber theoretisch sollte das nicht passieren. Stattfinden wird das ganze Spektakel. Und Achtung, jetzt kommt's auf Instagram. Ich weiß, Instagram ist jetzt nicht die allerbeliebteste Plattform für sowas. Aber von allen Plattformen, die ich bis jetzt getestet habe, ist Instagram, also erst recht was mobilen Livestream angeht, meine Meinung nach das beste zur Zeit. Also nehmt entweder damit vorlieb oder ihr wartet, bis wir es On-Demand hier auf Nosterafakt hochladen, sofern das möglich ist. Und wir machen bestimmt auch nochmal über eine andere Plattform einen Livestream, YouTube oder sowas. Bietet sich ja auch an. Ich denke auch so wird das ganz lustig. Und Instagram ist jetzt nicht so Base. Die Kommentarfunktion ist da auch eigentlich ganz okay so. Also bis dahin, wir sehen uns dann im Livestream würde ich sagen. Irgendwo da in Weimar. Ihr nicht. Wenn wir sehen uns dann raus. Wir sehen uns dann beimие. Wir sehen uns dann. Bis bald.